Seit dem verheernden Anschlag auf einen NATO-Konvoi an der Grenze zu Afghanistan gilt Bahir als einer der meistgesuchten Männer in der ganzen Region. Haben Sie es vielleicht etwas genauer? Ich kann und werde Ihnen keine weiteren Angaben machen können, weil ich nicht glaube, dass Sie über die nötige Sicherheitsfreigabe verfügen. Sagen Sie, ist es zutreffend, dass der Bundes-Machrichtendienst den Amerikanern Zielkoordinaten für deren Drohneinsätze liefert? Ich brauche deine Hilfe. Sag mal, wir haben eine klare Abmachung, berufliches und privates drin. Ich kann hier meinen Job verlieren. Die Geberländer beraten gerade darüber, das Waffenembargo aufzuheben. Wir alle profitieren davon. Was hat sie dir erzählt? Sie sagte, sie sei in einer großen Geschichte dran. Das ist eine klassische Geheimdienst-Operation. Ich will alles wissen über Global Logistics. Alles. Das Attentat ist inszeniert. Beißen Sie nicht die Hand, die Sie füttert. Wir nutzen Menschen aus. Wir nutzen deren Schwäche aus. Das ist unser Beruf. Warum tust du das? Ich hab's mal gewusst. Das Attentat ist ein categorischer Geheimdienst-Operation. Das ist das Mann, der Nurekerson, der Nurekerson. Ich habe eine dadurch auf die Stimme verruft. Ich habe meine Danielle-T��isen. Ich darf mir keinen Weg longtime. Ich habe mich gerade bei Misch II. Ich habe alle gesagt, die suntist.